so hallo und herzlich willkommen liebe leute geht jetzt im online das neue abgeht ist gerade liebe folgende guckere bei mir herunterlagen und ja ihr könnt euch freuen auf halber geile videos wo ich euch alle fahrzeuge zeige die neue heim kommen ihr könnt euch darüber folgen liebe folgende ich bin überlegen ob ich das alles in einem video verpacke beim morgen eigentlich lange gehen oder ob ich mehrere video hochlage bleibt man kommentar macht ihr wollt mehrere videos oder alles in einem video aber in einem video ist lange ich denke mal ist besser wenn ich von jedem auto ein einziges video mache dann gibt es natürlich mehr videos dann gibt es natürlich beispielsweise 10 oder 15 videos kommt drauf an wie viele auto reinkommen und ja dann wollen wir nämlich die augen auch mal genauer angucken auch mal aufruhen auf alle fälle muss ich meine karagen nachher erstmal aufräumen weil ich weiß jetzt gar gar nicht wo ich die autos rüber parken soll weil ich glaube meine karagen sind alle voll und ja und ja leute dieses video wollte ich nachher im lauf des karges wieder lösen das wollte ich euch schon mal mitkeilen und ja nachher kommen wir in gta online videos also gleich gebannt leute wir gucken uns die neuen autos an die reinkommen und wir können natürlich auch die neuen autos aufkugeln wir können natürlich uns die kugelmöglichkeiten angucken und kugeln natürlich gewalt wie möglich die autos aufkugeln mal gucken ob meine moneken reichen die ich in gta online habe oder nicht wer gegen das denn liebe freunde wir müssen aber gucken wie viele autos reinkommen und wie kugeln liebe freunde auf alle fälle kugeln versuchen so viele autos wie möglich aufkugeln und gta wo ich natürlich video hochladen ich glaube ich wo kugelmöglichkeiten ein eigenes video hochladen nachher gehe ich davon gebt meinen kommentar gut oder nicht gut gebt meinen kommentar aber ich hätte mal viele von euch abo lenken endlich hier gk5 online